G wie Gast- und Nebenhörerschaft Als Gast- oder Nebenhörerin kannst du an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Semester lang einzelne Lehrveranstaltungen besuchen. Du wirst für die Gast- oder Nebenhörerschaft registriert, jedoch nicht immatrikuliert. Das heißt, du erhältst keinen Studierendenstatus an der HU, kein Semesterticket und keinen Studierendenaccount. Du kannst dich aber mit einer E-Mail-Adresse in Moodle registrieren. Informationen findest du dazu unter hu.berlin-mudle. Lehrveranstaltungen, die du besuchen möchtest, kannst du dir aus dem Vorlesungsverzeichnis aussuchen. Unter hu.berlin-agnes findest du, welche Lehrveranstaltungen angeboten werden, wo und wann sie stattfinden, wer die zuständige Lehrperson ist oder ob bestimmte Voraussetzungen mitgebracht werden müssen. GasthörerInnen finden unter hu.berlin-bb eine Broschüre, in der für sie besonders geeignete Angebote zusammengestellt sind. Weitere hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel zu den Anmeldeformalitäten, zu den Kosten und eine Angebotsübersicht, findest du unter hu.berlin-gast-neben.